Hallo und herzlich willkommen bei FM, der Fahrschule Mannhardt. Mein Name ist Philipp Mannhardt und ich möchte dir heute eine Übung zeigen aus einem FM-Manövertraining. Hier geht es um Slalom fahren. Bevor du aber Slalom fahren kannst, solltest du mal ausprobieren, wie gross dein Lenkanschlag am Motorrad ist. Bevor du ins Slalom einfährst, solltest du zuerst parallel zum Slalom im Schritttempo fahren und von Lenkanschlag zu Lenkanschlag lenken. Dabei ist die Grundposition wichtig und der Blick immer geradeaus. Wenn du ins Slalom einfährst, ist wichtig, dass das Gas hörbar ist. Der Blick ist über die Pylonen aus, die Füsse sind drin, damit du nicht mit den Füssen die Pylonen umrührst und nicht zu früh einlenken, damit du mit dem Hinterrad über die Pylonen fährst. Und wichtig zum Wissen, der Slalom geht im Fall mit jedem Motorrad. Egal ob mit einem Enduro, einem Harley oder einem Sport Motorrad, wie wir es hier gerade sehen. Wenn auch du so gekonnt manövrieren möchtest, dann komm zu uns ins Manövertraining. Alle Informationen findest du unter www.mannhard.ch Wenn dir dieser Clip gefallen hat und du uns kennenzulernen möchtest, offerieren wir dir gerne ein Manövertraining. Gib bei der Anmeldung einfach folgenden Gutscheikode ein. FN ist nicht einfach eine normale Fahrschule, sondern ist einer der grössten Anbieter für Motorrad-Aus- und Weiterbildungen. Für Strasse-, Sport- und Fun-Bereiche. Zum Beispiel für Supermottotraining Indoor im Winter auf der Kartbahn. Weile Training, der Bubentraum von jedem Biker. Einmal auf dem Hinterrad fahren können. Schräglagertraining, fahrlos mit dem sturzsicheren Motorrad in voller Schräglage fahren, bremsen und auf nassen Belage. Oder das Pfandgrosse auf dem Acker einen halben Tag lang Spass und Action geniessen. Und vieles mehr findest du bei uns auf der Webseite www.mannhard.ch Hey, und übrigens, wir möchten, dass unsere Kursteilnehmer korrekt bekleiden kommen. Nicht so, sondern so. Ja, und übrigens, wir möchten, dass unsere Kursteilnehmer korrekt bekleiden kommen. Und wir möchten, dass unsere Kurseilnehmer korrekt bekleiden kommen. Nummer 1.